Servus liebe Leute und hallo! Willkommen zu unserer ersten Ausgabe von X-Places, so haben wir den ganzen Spaß jetzt getauft. Fadi ist mit am Start und meine Wenigkeit. Wir machen uns heute auf den Weg zu einem alten Pflegeheim. Wir haben uns im Internet ein bisschen ausfindig gemacht. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wir wissen noch nicht genau, was uns erwartet. Wir haben bisher auch noch keinen Hintergrundwissen, was alles dort zu Gange war, was es für geschichtliche Hintergründe gibt. Wir schauen uns das heute einfach bloß mal an. Gucken mal, ob es gute Gegebenheiten gibt, überhaupt reinzukommen. Das wissen wir, wie gesagt, noch nicht. Wir haben es uns vorher noch nicht ganz gut angeguckt. Das werden wir jetzt alles gleich sehen. Und alles Weitere erfahrt ihr jetzt! So Leute, wir haben das Mittel abgewartet. Die drei Autos, die hier vor uns noch geparkt haben, sind jetzt weg. Ihr seht es selber. Die Tür hier ist offen. Der Bauzaun, in dem wir jetzt vorbeifahren, war eben auch noch offen. Ist jetzt zu. Wir gucken mal kurz. Kein Schloss davor. Also rein kommt kein Problem. Ich bin zum anderen Gang rein. Ich schreibe jetzt schon ganz schnell. Ich sehe jetzt selber, es geht hier in den Keller runter. Ich geh das mal hoch. Vielen Dank. Vielen Dank. So wie schön mit den Spinnenwäden dort im Fenster. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wirklich ganz schön riesig. Aber auch ganz schön öfteräumt schon irgendwie manchmal. Genial, ne? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.